Die Zimbus gegen Beton-Berlin. Was haben Beton-Berlin da einstecken müssen letzte Woche gegen Last Ligas Ladies? Und die Zimbus, die haben noch gar nicht gewonnen. Metzger und Maxi Beister, Maximilian Beister ist komplett auf Krawall gewünscht. Schoenfeld, das dauert wieder gut 30 Sekunden. Patrick Schönfeld nach Vorlage auf Maxi Beister. Was ein geiler Spieltag. Maxi Beister, letzte Saison noch nicht so wirkungsvoll. Hier ist er, der Star bei Beton-Berlin. Und auch der ehemalige Zweitliga-Profi Patrick Schönfeld sticht zu. Und jetzt wieder Schönfeld. Schönfeld! Patrick Schönfeld! Die Zimbus werden rasiert. 21 vorbei. Patrick Schönfeld. Patrick Schönfeld mit dem schnellsten Doppelpack der Baller League Geschichte. Patrick Schönfeld mit dem Tunnel als Höchstrafe. Aber es ist jetzt so, dass die Tür zu sehen ist. Hallo! Wir hören mit Donnergabe! Ich glaube, das ist das 3-0! Beton-Berlin lässt schöne Grüße aus Berlin nach. Schöne Grüße aus Berlin nach. Neu-Köln-Rools, Mustafa Jaruar mit dem Tunnel als Höchstrafe. Norddeutscher Rundfunk 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 Das gibt es doch nicht, oder? Wäre das zweite zu Null-Spiel für Wiesmann, der ja schon beim 6-0 gegen Golden Eleven geglänzt hat. Gibt es das siebte? 7 zu Null! Beton Berlin spielt überragend, hat jetzt aber auch keinen Gegner mehr. Erst der Save hier von Wiesmann, du Krake! Und dann da vorne Mustafa Chahur mit Treffer Nummer 3! Guter Pass, gute Raumaufteilung, gutes offensives Positionsspiel von Beton Berlin! Und als Lohn gibt es das achte! Als Lohn gibt es das achte Ding! Das ist eine Klatsche, sein Vater für die Zymus! 2-2 übrigens nach Ecken. Ihr wisst es bei der dritten Penalty! Maximilian Beister mit einem mütlich und gemütlichen Mitternachtsspaziergang! 9-0, Maxi Beister! Und ich glaube jetzt führt er die interne Torjägerliste von Beton Berlin wieder an. Maxi Beister, das geht viel zu einfach! wie das Messer durch die Butter! Die Butter stand aber schon! Jetzt die Chance auf 9-1! Philipp Simon macht die 9-1! Ehrentreffer für die Zymus! Es ist jetzt das zehnte Tor! 10-1 durch Terry Dunso! Terry Dunso! Auch er mit dem Doppelpack! Letzte Saison hat er in der gesamten Season nur einmal gescored! Alleine heute macht er schon wieder 2! Es ist ein Spieltag der Tore! Über 60 Treffer! Das ist pures Spektakel hier in der Borna League!